Willkommen in der Pflege. Geht das so für Sie? Das ist perfekt. Wie stressig ist der Job im Krankenhaus wirklich? Silvester-Nachtdienst haben alleine auf einer Station ist auch nicht schön, das sage ich dir auch. Einen Tag helfe ich in der Uniklinik in Köln. Guten Morgen. Morgen, hi. Steffen, hi. Sarah. Hallo Sarah. Ich bin von der 18, ich darf dich heute mitnehmen. Ja, vielen Dank. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Okay. Bisschen aufgeregt tatsächlich. Brauchst du nicht. Ich bin den ganzen Tag bei dir. Bis Dienstende. Ja. Und wir müssen direkt losstarten und wir brauchen Klamotten. An dem Tag bin ich in der Frühschicht eingeteilt. Und zwar in der Onkologie. Hier liegen Patienten mit Krebs. Um halb sieben folgt die Übergabe durch die Nachtschicht. Ein kurzes Update über die Patienten und deren Gesundheitszustand. Dann der Herr Röhrer. Der ist ja runteroperiert worden. Da haben die aber keinen Tumornachweis finden können. Nur eine Fettleber vermutlicherweise. Genau. Auf der Station liegen aktuell 50 Patienten. Versorgt werden die in der Frühschicht heute von acht Pflegern. Dabei ist jeder Mitarbeiter bestimmten Zimmern zugewiesen. So wie Gesundheits- und Krankenpfleger Kevin Schäfer-De La Rosa. Einen wunderschönen guten Moin zusammen. Pfleger Kevin. Hallo. Wir kennen uns noch nicht. Jemand hatte sich gemeldet. Unser erster Patient. Mitte 50 ist er. Diagnose Lungenkrebs mit Metastasen an den Nieren. Mehr Infos bekomme ich aus Datenschutzgründen nicht. Der Mann klagt über Schmerzen und Übelkeit. Oft eine Folge von Chemotherapie und Bestrahlung. So wie ihm geht es vielen. Die Stimmung der Patienten mal so, mal so. Also ich kann dir jetzt sagen, er nimmt das gerade relativ gefasst auf, aber wir können in einer Stunde nochmal reingehen. Und dann sieht alles anders aus. Ich, ähm, also er ist stabil soweit. Er ist wahnsinnig traurig und belastet. Und das wäre jeder von uns. Aber er ist jetzt nicht suizidal. Also für dich gesagt, dass er jetzt sagt, ich nehme mir das Leben, ich will nicht mehr. Das sagt er nicht. Aber er ist traurig und das ist sein gutes Recht. Bei der nächsten Patientin darf ich die Vitalzeichen messen. Dazu brauche ich dieses Diagnostikgerät. Das misst den Puls, den Blutdruck und die Sauerstoffsättigung. Die gibt an, wie gut der Körper mit Sauerstoff versorgt ist. Klar, gesehen habe ich so etwas schon mal genutzt, aber noch nie. Kevin zeigt, wie es geht. Das hier ist ein Pfeil, der auf die Arterie zeigen sollte. Die ist hier. Genau, das kann hier oben liegen. Also, genau. Warte mal, oh, sorry. Gar kein Problem. So? Nee, hier oben, am Oberarm schon. Genau. Mit dem T-Shirt oder ist das egal? Ist egal. Das ist egal, wenn da so ein bisschen drüber geht. So. Genau. Wie viel soll sich das denn machen? So reicht. Hauptsache, das ist ja im Klettverband. Hauptsache fest erstmal. Genau, Hauptsache fest. An den Zeigefinger kommt das Pulsoximeter. Für den Puls und die Sauerstoffsättigung. Dann Start drücken, den Rest macht das Gerät. Zum Schluss Temperatur messen. Wie weit, da habe ich? So ist okay. Und dann einfach in die Mitte drauf, genau. Muss ich halten? Ja, und der zeigt er dir an. 37,1. Vor und nach dem Patientenkontakt gilt jedes Mal Hände desinfizieren. Schon falsch gemacht, ne? Warum ich noch? Du hast es mit der Hand berührt. Du musst auch mit dem Ellbogen so was. Ach, shit. Also, nochmal. Dann aber darf ich zu Ingrid Meyerhofer, meiner ersten Patientin. Guten Morgen, hallo. Die 54-Jährige weiß, dass ich hier bin und hat den Filmaufnahmen zugestimmt. Wenn das okay ist für Sie, dann probiere ich mich mal. Ne, mal probieren Sie. Ja. Ich beobachte das von mir aus. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ja, mir geht's prima. So weit. Man ist immer so ein bisschen versucht, während des Blutdrucksmessens zu quatschen. Ja. Das machen wir aber nicht. Denn reden während des Messens kann die Werte verfälschen. Geht das so für Sie? Das ist perfekt. Fast einen Monat ist Frau Meyerhofer schon in der Klinik. Ärzte haben ihr einen Tumor zwischen Speiseröhre und Magen entfernt. Schmerzen hat die gebürtige Niederländerin nicht, wie sie sagt. Nach ein paar Minuten bin ich fertig. Es ist spannend zu beobachten, wie wir alles noch so ein bisschen zack haben. Ja, ja. Das werde ich morgens hier reinkommen und sag, zack, zack, zack. Die Werte der Vitalzeichen schreiben wir in die Patientenakte. Dabei fällt mir auf, ich habe die Temperatur gar nicht gemessen. Das hole ich schnell nach und fange Frau Meyerhofer vor ihrem Spaziergang ab. Geht das so? Ja. 36. Den Aufsatz schmeiße ich wie selbstverständlich in den Müll. Ja, nur an der Umsetzung hapert's. Todsünde. Warum? Du hast den Deckel angefasst. Was hast du... Was habe ich den Deckel? Ich habe keinen Deckel angefasst. Doch, du hast den Mülldeckel angefasst. Ich muss das doch aufmachen. Niemals, ja? Nee, da unten sind einmal diese Fuß... Das ist der Punkt, wo die Leute durch die Prüfung knallen, weil sie immer die Deckel anfassen. Bei uns. Also egal, wie gut die ausgebildet sind, du nimmst immer bitte das hier. Weil hier sind Sachen dran. Da können wir, glaube ich, nochmal Corona auslösen. Ich weiß es nicht. Aber nicht anfassen, du desinfizierst dir jetzt die Hände. Genau. Wir nimm auch mal das harte Zeug. Sarah und Kevin nehmen sich Zeit, mir verschiedene Vorgänge zu erklären. In den Zimmern kann ich mitarbeiten. Das liegt unter anderem daran, dass es heute sehr ruhig ist. Ungewöhnlich und selten, wie die beiden Krankenpfleger mir während einer Kaffeepause erzählen. Das ist halt das, was unseren Job halt so ein bisschen, ja, so anstrengend macht. Du musst in erster Linie eigentlich dich in zehn Leute teilen können. Normalerweise hast du hier ständiges Geklingel, sei es Telefon, sei es die Patientenklingel. Und wenn du dann halt alleine in deinem Bereich bist, wo du halt sechs, acht, zehn Patienten betreust, kann es natürlich sein, dass auch schon mal drei Patienten nebenher parallel klingeln. Und dann musst du halt gucken, wie du dich organisierst und aufteilst. Neues Personal ist schwierig zu finden. Viele schmeißen den Job auch hin, wenn es ihnen zu viel wird. Ein Problem, das auch die Uniklinik Köln kennt. Und dann ist da noch das Thema Geld. Zu wenig für zu viel Arbeit? Gerade für Berufseinsteiger und Alleinerziehende kann das stimmen, findet Sarah. Man muss sich halt als junger Mensch überlegen, mache ich das hier hundert Prozent? Früh, spät, nacht? Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, ich habe das jahrelang gemacht. Und ich war ganz lange, ganz viele Jahre nicht zu Hause am Weihnachten oder an Ostern oder an dem Geburtstag meiner Mutter, weil es einfach nicht möglich war. Weil einer muss ja da sein. Silvesternachtdienst haben, alleine auf einer Station, ist auch nicht schön. Das sage ich dir auch. Und dann siehst du das Geld am Ende des Tages irgendwie und ich bin alleine. Und dann stell dir vor, du hast dann eine alleinerziehende Mutter oder einen Vater. Also ich finde, es könnte schon mehr sein, definitiv. Das Einstiegsgehalt als Gesundheits- und Krankenpfleger liegt bei etwa 3.100 Euro brutto, sagt die Uniklinik. Durchschnittsgehalt etwa 4.500 Euro. Kevin aber reizt vor allem die Mischung aus medizinischem Fachwissen und dem Umgang mit den Menschen. Denn jeder hat seine eigene Krebsgeschichte. Nimmst du das mit nach Hause? Ne, also tatsächlich nicht. Es gibt Einzelfälle, das ist aber bisher sehr, sehr selten noch vorgekommen. Bei mir persönlich, das ist ja jeder individuell, ich kriege das ganz gut getrennt, dass ich, wenn ich hier rausgehe, dann wirklich die Arbeit auch hier lasse. Und zu Hause habe ich dann einen Ausgleich mit Sport, Basketball etc. Freunde treffen. Da hat jeder seine Methoden, um damit umzugehen. Am Ende meines Arbeitstages besuche ich noch Brigitte Spitzer. Die 80-Jährige hat Krebs im Gallengang. Auch sie ist mit den Filmaufnahmen einverstanden. Wie sind die Schmerzen bei Ihnen, Frau Spitzer? Heute ganz gut. Ganz gut? Das heißt, minimal. Minimal. Übelkeit, Verdauung, Stuhlgang? Oh ja. Haben Sie Übelkeit? Nee. Spindel? Nein. Okay. Schön zu sehen, dass es auch Tage wie diese gibt. Ohne Hektik und Stress. Da bleibt Zeit, den Patienten einfach mal zuzuhören. Ich habe 15 Tage nur gelegen. Nicht einmal aufgestanden. Da ist man richtig platt. Ja, glaube ich. Also so vom Nichtstun, vom Liegen. Ich glaube, die Muskulatur geht so schnell zurück. Und mit zunehmendem Alter noch mehr. Aber jetzt kann sie zwischendurch schon ein bisschen laufen. Hier, oder? Einmal die ganze Länge und zurück. Und auch wenn jeder schon mal Kontakt mit Krankenpflegern hatte, haben viele doch ein falsches Bild, findet Kevin. Und es wird halt sehr stark darauf reduziert, ja, man ist nur dafür da, Patienten aus dem Bett zu holen, zu waschen, sauber zu machen, wie auch immer. Aber dass wir halt sehr viel gerade dabei sind, therapeutisch zu machen, zu beraten, zu schulen, auch einen psychosozialen Aspekt anbieten, leisten müssen, das kommt leider nicht so durch in der Öffentlichkeit. Was bei mir ankommt, zwei Pfleger, die ihren Job mit Herz machen, für andere da sind und zuhören. Sarah und Kevin nehmen sich Zeit. Für die Patienten, für mich. Doch dafür ist meist keine Zeit. In der Pflege muss sich etwas ändern, sagt Kevin. Mehr an Erkennung, mehr mit Spracherecht. Damit das Pflegepersonal wieder mehr lachen kann und Zeit für Gespräche keine Ausnahme mehr ist.